Game Based Game Check Der Game Check der LFK, der Medienanstalt für Baden-Württemberg und der Computerspielschule Stuttgart In diesem Game Check geht es um das Spiel Beat Saber. Das ist ein Rhythmus-Aktionsspiel, das von der Firma Beat Games entwickelt wurde und 2018 auf Virtual Reality Plattformen verfügbar war, zum Beispiel für die Playstation VR, Oculus Rift, HTC Vive etc. Dieses einzigartige Spiel hat sich schnell zu einem großen Erfolg entwickelt und bietet Spielern die Möglichkeit, mit Lichtschwertern im Takt der Musik Blöcke zu zerschlagen. Und das kann man sich wirklich genau so vorstellen, viel mehr ist da eigentlich auch nicht. Man steht in einem virtuellen Raum, es kommen Würfel immer näher auf einen zu und man muss im Takt des jeweiligen Liedes, das gerade spielt, die Blöcke entweder zerschlagen oder zerspießen, je nachdem, was gerade von einem verlangt wird. Und die Grafik ist dabei relativ simpel, aber dennoch echt ästhetisch ansprechend. Das Spiel verwendet minimalistische Ästhetik, sehr viele intensive Neonfarben, die sind im starken Kontrast zu dem dunklen Hintergrund. Und der Soundtrack von Beat Saber ist dabei natürlich auch sehr wichtig und einer der größten Höhepunkte des Spiels. Die Musikstücke, die verwendet werden, sind echt clubtauglich, sind teilweise auch Club-Songs, die man sich kaufen kann und treiben den Spieler dazu, voll in diese Welt einzutauchen. Und aus diesem Spiel entwickelt sich dann auch irgendwann ein Tanz. Da muss man aber ein bisschen aufpassen, wenn man Probleme mit Schwindel hat oder Übelkeit, kann es einem schon mal schlecht werden bei dem Spiel, denn man trägt ja die VR-Brille und ist im virtuellen Raum. Und wenn man die Brille dann abnimmt und dann nicht mehr von Blöcken beschossen wird, kann das schon mal für Orientierungsprobleme kurz führen. Wie einer der wundervollen Songs klingen kann, zu denen man sich bewegt und die Blöcke zerschlägt, das zeige ich euch hier kurz in einem Beispiel. Bei so einem Lied kann man auch nicht anders, als sich einfach mitreißen zu lassen. Und deswegen ist das Spiel für den Musikunterricht auch eine interessante Möglichkeit. Was vor allem der Vorteil ist, ist, dass bei Beat Saver der Schüler ein Rhythmusgefühl entwickeln kann. Und ich habe noch nie eine vergleichbare Möglichkeit gesehen, ein Rhythmusgefühl zu entwickeln, da man eben im richtigen Timing die Blöcke zerschlagen muss. Und in dieser virtuellen Umgebung bietet sich ein optimaler Lernraum dafür. Da das Spiel auf dem Takt der Musik basiert und sie im Einklang damit zerschlagen werden müssen, ist man dazu animiert, die ganze Zeit das zu trainieren und immer besser darin zu werden. Zudem fördert das Spielen von Beat Saver die musikalische Wahrnehmung der Schüler, da sie auf verschiedenen musikalischen Elementen wie Melodie, Rhythmus und Dynamik achten müssen. Da sind viele verschiedene Komponenten, die damit einspielen. Und dadurch steigert sich das Verständnis für Musik. Es ist natürlich wichtig anzumerken, dass Beat Saver alleine nicht ausreicht, um alle Aspekte des Musikunterrichts abzudecken. Es kann als Ergänzung zum traditionellen Unterricht benutzt werden, um den Schülern auch eine abwechslungsreichere, motivierendere Lernerfahrung zu bieten. Wer Lust hat, das Spiel mal auszuprobieren, der kann es sich für aktuell 11,06 Euro kaufen. Achtung, man braucht aber eine VR-Brille dafür, sonst kann man das Spiel nicht spielen. Und ansonsten kann man in die Computerspielschule Stuttgart vorbeikommen und das Spiel mal anspielen. Musik 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 Musik